Hallo, ich bin ESE-Astronaut Matthias Mauder und ich bereite mich gerade auf meine erste Mission zur Internationalen Raumstation ISS vor. Auf der ISS wird mit hunderten Experimenten verschiedenster Fachrichtungen Spitzenforschung betrieben. Und nun habt ihr die Möglichkeit, Teil davon zu werden. Der Überflieger-2-Wettbewerb der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR und der luxemburgischen Raumfahrtagentur LSA bietet Studierenden in Deutschland und in Luxemburg die Chance, eigene Experimente auf der ISS umzusetzen. Studiert ihr an einer deutschen oder an einer luxemburgischen Hochschule? Habt ihr eine Idee für ein innovatives ISS-Experiment? Dann reicht bis zum 15. Oktober 2021 eure Idee beim Überflieger-2-Wettbewerb ein. Unter allen Vorschlägen werden die besten Ideen ausgewählt. Diese werden dann von euch selber gebaut und anschließend auf der ISS betrieben. Vielleicht ja sogar auch von mir auf einer meiner nächsten Missionen. Außerdem werdet ihr dabei sein, wenn euer Experiment mit einer Rakete vom Boden abhebt und zur ISS geschickt wird. Und das live vor Ort. Alle Informationen zur Teilnahme am Überflieger-2-Wettbewerb findet ihr auf www.überflieger.space Ich bin gespannt auf eure Ideen und wünsche euch viel Erfolg. Tschüss!